Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Balleron im LS22. So, erstmal kann der Ferguson weiterarbeiten. Genau, der Valtra kann weiter sein Gras ansehen. Ab, läuft. Wir wollten Stroh sammeln. Und du kannst dich bitte nochmal mit dem Dünger auseinandersetzen. Einen Kurs hattest du? Ne. Einen Kurs hattest du ja auch nicht. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Genau, wir haben ja ein paar Düngeraufträge. Ähm. Und wir haben ja auch beschlossen, dass wenn wir in der Nähe sind von Spielekonsolen, dass wir die dann auch einsammeln. Ja, gerade reicht der Kontostand noch eben gerade so aus. Aber, ähm, ne, wenn wir denn in der Nähe sind oder dran vorbeifahren, sammeln wir die auch ein. So. Jetzt sammeln wir erstmal das Stroh. Ich denke mal, das werden wir verkaufen. Beziehungsweise ich gehe ganz stark davon aus, da wir uns doch keine Tiere, also Kühe oder irgendwas anderes leisten können. Doch gehe ich ganz stark davon aus, dass wir dieses Stroh erstmal verkaufen werden. Und wenn wir genug Geld haben. Oder was heißt, wenn wir genug Geld haben. Ähm. Wenn es denn soweit ist, dann werden wir uns nach und nach auch wieder Tiere anschaffen. Aber erstmal langsam aufbauen und dann geht es immer weiter. Ähm. 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 46% hat er schon erreicht. Das ist doch ganz gut. Und. Kam echt nicht allzu viel Stroh runter, ne? Von dem Feld. Ich kenne das mal so, dass der kleine Ladewagen ratzeputzschnell voll ist und du hast auch niemanden mit einer Bahn runtergefahren. Mensch, Mensch. Ähm. Der Vögelsohn wird gleich fertig sein. Da können wir gleich mal das erste Feld so ein bisschen nacharbeiten und dann schicken wir den einfach aufs zweite Feld. Stoppelbearbeitung halte ich jetzt noch nicht ein. Ich glaube, das wäre auch gerade zu viel des Guten. Aber. Alles andere versuche ich dann doch. So. Die arbeiten wir eben kurz nach. Und dann kann er aufs zweite Feld auch noch pflügen. Ich glaube, insgesamt haben wir ja drei Felder zum pflügen. Das wird hier dann auch noch ein bisschen dauern. So 70% hat er schon. Den gibt es wieder ein bisschen Geld. Hier nochmal. Na komm. Irgendwann. Wenn wir größere oder ganz große Maschinen haben. Dann können wir auch Felder wieder zusammenlegen. Dann macht das auch Sinn, finde ich. Jetzt mit den kleinen Maschinen und mit dem kleinen Drescher. Oder einigermaßen kleinen Drescher. Reicht das auch, wenn wir das bei der Feldergröße so lassen. Ja. Auf. 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 Und dann können wir den New Holland gleich umsetzen Und da ist es auch schon abgeschlossen Und wir haben Ach, wir bekommen kein Geld Weil wir die Maschine noch brauchen Gut Wo ist denn die 23 und 22? Rufen wahrscheinlich, ne? Und die 23, 22 Und die 3 ist da ganz oben Denn würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg Oder Ich weiß gerade gar nicht, ob der Standardhelfer schon soweit ist Oder ob der noch Dünger streut Na komm, wir machen uns eben selber auf den Weg zur 3 Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach Und Dann kann er die 3 eben schnell noch düngen Und dann läuft das eigentlich auch Ja, leider Dann hat er ja nur noch die beiden Oder das eine große fällt und das andere Ähm Das ist ja dann Auch nicht mehr als zu schwer denn So Nase, Mikro Und Kabel Schwierige Kombi Bei mir trieft das nämlich schon wieder aus der Nase Ich hab mir voll wieder einen weggeholt Das ist Äh Ja Ich bin aber schon fast auf dem Weg der Besserung Hey hey Zum Mäuse milken Jetzt sind wir schon bei der 4 Sind wir gleich bei der 3 Dann gucken wir mal Was mit dem anderen Helfer los ist Ich glaub das war der Waltra Hätte ich beinahe gesagt Mit der Seemaschine Der jetzt drauf wartet Auf weitere Anweisungen Und da bin ich auch schon an 2, 3 Modulen Vorbeigefahren So Düngst du hier bitte einmal weiter Genau Du bist fertig Den kannst du ja zum ersten Feld eigentlich Oder muss das noch gekalkt werden Auf Feld fitzig Was wir gerade Gepflügt haben Natürlich muss das noch gekalkt werden Ach Schilbi Äh Gut dann würde ich sagen Stellen wir dich erstmal am Rand Weil wenn ich schon den Kalkstreuer einmal Kaufen wird Nichts eher mieten muss Denn wenn alle 3 Felder gleich fertig sind So Haben wir den Waltra weggestellt Und wir können Stroh verkaufen Wo können wir denn am besten Stroh verkaufen Biomasse Heizkraftwerk Oder Viehmarkt Viehmarkt gibt noch 2 Euro mehr Dann fahren wir doch zum Viehmarkt Und verkaufen da das gute Stroh Und in der Zeit hoffe ich Dass er mit dem Düngen schneller ist Als das Geld runter läuft Wäre glaube ich von Vorteil Das ist aber auch ein schönes Feld Schön mit Umkraut und allem drum und dran Aber da könnte man auch noch mal ein paar Euro verdienen 64% Ja doch es läuft ganz gut So nehmen wir mal eine Wald und Wiesen Abkürzung Einmal beim schönen See lang Und Ne genau hier war kein Modul Das war hier auf der Insel So bevor uns das Geld ausgeht Gehen wir jetzt einmal kurz schwimmen Und sammeln ein Modul ein Das liegt hier Und wir haben wieder mega viel Geld So einmal quer durch den Tümpel Läuft bei uns Und dann geht es auch weiter 88% Das ist der Düngerstreuer wahrscheinlich schneller fertig Als wir einmal verkauft haben Wenn dem so ist Lassen wir den Steier einfach hier stehen Und kümmern uns um den Düngerstreuer Dass der Weiter arbeiten kann Da 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 ist auch noch ein Spielmodul Das können wir gleich auf dem Rückweg einmal einsammeln Erstmal Jo Düngerstreuer Jetzt können wir aber eine Mission abschließen Genau Die Drei Dann haben wir nur noch die 22 und die 23 Ah hier Ne Da oben war glaube ich noch ein Spielmodul Aber das können wir auch später machen Pfeiler Gut Den wollte ich nämlich nicht mitnehmen Denn fahren wir jetzt einmal kurz rüber Mit dem Düngerstreuer Ja Das war auch nicht so toll Wenn wir irgendwann mal ganz 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 viel Zeit haben Dann machen wir uns auch auf die Socken Ähm Und sammeln alle ein Von denen ich noch weiß Ich glaube bis auf eins dürften das denn auch alle sein Eins vergesse ich ja immer Ich weiß nicht warum Aber Irgendwie habe ich es mit dem Einspielemodul Hier im Wald ist ja auch eins versteckt So Tanken müssen wir eigentlich nicht Da Da Aber mit 50.000 Da wäre der Düngerstreuer wahrscheinlich doch drin Hier kann er von mir aus eigentlich auch gleich das große Feld machen Anstatt das kleine Umso schneller Sind wir fertig Zieh Junge Zieh Und da Sind wir auch schon Bearbeiten müsste ich das noch können oder Das ist ja manchmal so Wenn man den Spielstand lädt Das denn Die Missionen sagen Nee jetzt will ich aber nicht mehr Und äh Aber Ja doch Läuft noch So Dann möchte ich jetzt unbedingt einmal Stroh verkaufen Auf dem Weg Dass wir auch das Feld relativ schnell wieder freimachen Wie den Fürgissen Damit er da auch fliegen kann Damit wir dann einmal Auf der Schnelle alles Kalken können Und dann würde ich sagen War es das erstmal für die Folge Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Wünsche euch einen wunderschönen Tag Lasst es euch gut gehen Wir sehen uns gerne Um 16 Uhr wieder Auf der Nordermarsch Da auch gerne vorbeischauen Ich bedanke mich bei euch Wünsche euch was Lasst es euch gut gehen Bis Deine